Wie Sie Ihre Immobilie zum Höchstpreis verkaufen mit der High-Return-Off-Market-Strategy. Heute meihen wir Sie ein in die verborgene Welt der geheimen Off-Market-Real-Estate-Deals und Club-Deals, die nur wenige kennen. Dank unserer High-Return-Off-Market-Strategy garantieren Sie sich den Höchstpreis. Wenn Sie das Preispotenzial Ihrer Immobilie maximal ausschöpfen wollen, bleiben Sie dran und lernen Sie unsere langjährige bewährte High-Return-Off-Market-Strategy kennen. Herr Dario Bertha, ehemaliger Direktor bei UBS und Off-Market-Immobilien-Experte, beantwortet mit mir zusammen die häufigsten Fragen unserer internationalen Klienten. Was sind die Trends, Prognosen für 2018? Was sind neueste News und Trends, spezifisch im Schweizer Immobilienmarkt zuerst und dann aber auch international? Was sind die Trends und News? Also was könnte man da sagen als News, was da passieren wird 2018? Also sicherlich, was wir vorhin kurz erwähnt haben, interessant sind alle Spezialimmobilien, die mehr Spezialthemen. Ich denke, es wird weniger das Thema Wohnen sein, da wir ja schon in der Schweiz derzeit über 60.000 leere Wohnungen haben. Also der Leerstand an Wohnungen war seit 1945 nicht mehr so hoch. Ich denke, es wird wirklich Richtung Spezialthemen hingehen und die Preise werden vermutlich im ersten, zweiten Quartal noch ein bisschen anziehen. Danach gibt es auch andere Stimmen, die prognostizieren einen Kollaps am Immobilienmarkt oder einen Platz in der Immobilienblase. Aber die Preise, das kann man wirklich sagen, sind derzeit in einem Allzeithoch. Also ein sehr guter Moment, um zu verkaufen. Haben Sie das gehört, was er gesagt hat? Die Preise sind momentan sehr attraktiv. Es werden zurzeit Höchstpreise realisiert hier in der Schweiz mit Immobilien. Also wenn Sie eine Immobilie haben und Sie möchten sie verkaufen, dann sollten Sie es jetzt tun. Jetzt ist der geeignete Moment dafür. Oder kann man das so sagen? Absolut, wenn man seine Immobilien vergoldern will, dann ist das derzeit sicherlich eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. Wie sieht es aus mit anderen Ländern, also im Ausland? Wie sieht es aus in London oder in den arabischen Ländern oder in China? Was passiert mit China und Schweizer Immobilien? Man hat ja gehört, die Chinesen sind auf Einkaufstour. In Italien haben ja bereits Chinesen massiv eingekauft. Vor allem in Prato, in der Toskana, aber auch in Milano, um den Hauptbahnhof in Milano. Kannst du etwas sagen, was machen die Chinesen mit Europa? Was passiert mit den Chinesen? Wenn wir über die Schweiz sprechen, stellen wir fest, dass wir derzeit sehr, sehr viele Anfragen haben aus dem Ausland, spezifisch für Hotels, Stadthotels, aber auch in den Bergen suchen sehr viele chinesische Gruppen, arabische Gruppen, neu stellen wir auch fest, immer mehr türkische Kunden, die Hotels, vielleicht ein Erdogan-Effekt, dass man die Gelder in einem sicheren Land haben will. Wir stellen immer mehr fest, Hotels sind sehr, sehr beliebt, aber auch Gewerbeimmobilien werden gesucht, zum Teil auch, was ich noch nicht erwähnt habe, von russischen Kunden, sehr vermögende russische Kunden, die auch trotz der tiefen Renditen in der Schweiz grössere Pakete oder auch gewisse andere Kunden suchen vereinzelte Gewerbeimmobilien in einer grösseren Ordnung von je 20 Millionen, zum Beispiel. Sehr interessant. Ich habe auch gehört, die chinesische Kundschaft ist darauf bedacht, dass wenn sie hier eine Immobilie kaufen, um die Ferien zu machen, also ein Ferienobjekt, dass sie eben auch schauen, dass es wichtig ist, die Flugplätze, die Logistik, dass sie shoppen gehen können, die Schulen, Health Services, sie benutzen dann diese Gelegenheit, um einen Spitalbesuch zu machen oder sich in eine Privatkur zu begeben. Dann hast du diese Tendenz auch festgestellt, dass die Chinesen für sie eben nicht nur die Immobilie an sich wichtig ist, sondern eben auch, wo sie sich befindet. Sehr, sehr wichtig für die Chinesen, dass sie Einkaufsmöglichkeiten haben, auch eben die Nähe, die du erwähnst, zum Mailand, die gehen gerne shoppen. Zürich ist natürlich auch wunderbar zum Einkaufen. Die Chinesen sind sich gewohnt zu kaufen und nicht zu mieten. Daher auch häufig die Tendenz von grossen Firmen, die vermehrt in die Schweiz kommen, oder auch Banken, schauen wir über China Construction oder ICBC, sind prominente Banken, die in der Schweiz sind, die natürlich auch die Tendenz haben, ihr Gebäude, wo sie drin sind, zu erwerben, weil sie eben gewohnt sind, zu besitzen und nicht zu mieten. Jetzt eine andere Frage, Dario. Wie schützt man sich als Verkäufer am besten gegenüber aggressiven Vermittlern von Immobilien? Weil wir haben ja gesehen, dass aggressive Vermittler oder eine Vermittlerkette kann die Immobilie verbrennen. Also man muss sich schützen gegen allzu aggressive Vermittler. Wie kann man sich schützen? Als Verkäufer empfehle ich, dass man lediglich eine Firma mandatiert für ein paar Monate, um die Immobilie zu veräussern. Dass man sehr darauf achtet, wie der Prozess ist, der Verkaufsprozess dieser Firma, ob er konsistent und auch rigide ist in seinen Formen. Das heisst, werde ich auch immer informiert, an wen das Blindprofil ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Das machen wir. Also der Informationsfluss zwischen Vermittler und Eigentümer muss stimmen. Also man muss transparent kommunizieren. Man muss immer wissen, wo sind die Unterlagen. Dass die Unterlagen ja nicht zerstreut werden. Wenn sie einmal im Internet sind, dann ist es die Katastrophe. Klicks, Klicks, Klicks und sie sind überall. Absolut, dann ist es zu spät. Man muss wirklich anselektionierte Käufer, die das Kapital haben, anbieten. Wir verlangen zum Teil nicht mal einen Kapitalnachweis von den Käufern, weil wir wissen, dass sie über genügend Cash und Kapital verfügen, um die Immobilie locker zu kaufen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die Fragen unten in den Comments-Bereich. Wir werden jede einzelne Frage beantworten. Wir werden weitere Videos veröffentlichen zu Immobilien. Wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen von unseren Videos, dann drücken Sie auf den Subscribe-Button. Dann sind Sie sicher, dass Sie jede Folge unserer Videos sehen werden. Wenn Sie mit Ihrer Immobilie kein Geld verschenken möchten und den Höchstpreis erzielen wollen, dann helfen wir Ihnen gerne beim Off-Market-Verkauf. Family Offices kaufen fast nur Off-Market. Aus über 200 auserwählten Family Offices suchen wir diejenigen aus, die zu Ihrem Objekt massgeschneidert passen. Nur damit garantieren Sie sich eine reibungslose Abwicklung mit internationalen solventen Käufern. Für eine direkte Kontaktaufnahme mit mir, melden Sie die 0041442124404 oder kontaktieren Sie mich über meine E-Mail-Adresse. Zurzeit haben wir historische Rekordpreise, die durch die Decke gehen. Sollten Sie ein ernsthaftes Interesse haben zu verkaufen, zögern Sie nicht zu lange. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017